Guten Abend, hier ist Sonja21. Wir haben schon lange nicht mal Hogwarts gespielt. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Däumchen hoch, abonnieren und wir fangen gleich damit an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kann man zu viel Gesundheit haben? Achso, okay. Muss immer noch warten. Ich muss warten. Ja, warum habe ich denn eigentlich keine Mitbewohnerin? Schlafsäulanfrage, ja, können wir gerne machen. Da haben wir noch Teddy. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Sag mal hier. Achso. Ah. Na gut, das Schöne daran ist, man kann schneiden, man kann alles machen, was man möchte. Und das Kleine in der Wechenschaft, schuldig. Ui. Hier gibt es auch nichts Neues, was? Kann man jetzt hier schon was machen? Warten, warten, warten. Hä? Ist nicht irgendwie auch der Ausgang? Ach da. Hä? Ein Stück weiter. Ja, wir müssen leider noch ein bisschen warten. Update-mäßig noch ein bisschen, bis ich dann ein paar Aufgaben und Missionen erfüllen kann. Aber wir können ja mal gucken. Nein. Boah. Ich bin ja schwer hier drin. Das wollte ich doch gar nicht. Ich würde doch eigentlich mir das Schloss angucken nochmal. So, wir sind auch was angucken. Hm. Wo bin ich denn jetzt? Ui. Na. Da ist die Tür. Noch mal verlassen. Oh, ich würde doch hier runter. Was? Nun, warum komme ich denn jetzt nicht runter? Wie komme ich wenigstens hoch? Nein? Oh, jetzt bin ich das mir gleich drin. Also, ich weiß nicht, was ich mache, aber ich stelle mich gerade ein bisschen komisch an. Ah, was ist das denn? Aha. Kann man hier? Okay, geht auch nicht. Okay, anstatt anzusehen, haben wir es kaputt gemacht, aber da war was drin. Also, kommt man hier auch irgendwo lang? Ne, da kommt man gar nicht lang. Hier war nur das Zeichen der... Genau, da kommen aber auch nicht lang. Getränke? Kommen wir auch nicht rein. Kommen wir hier wenigstens rein? Nein, kommen wir auch nicht rein. Oh. Oh. Blü, 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 blü. Ah, nee. Achso, ja. Passwort kennen wir ja nicht. Was gibt es denn hier, nice? Achso, nee. Brauchen wir nicht wechseln. Sieht es aus. Haben wir es jetzt langsam? Nein, die Hälfte haben wir ja schon mal. Was haben wir hier schön? Oh, haben wir gerade zehn Stück. Na denn? Oh Gott. Du, 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 du. Ah, legendäres. Schön. Okay. Okay. Mhm. Okay, haben wir weiter. wir haben aber doch noch was legendäres würde ich sagen ok also hier haben wir sieben stück ich glaube das hat er noch gar nicht okie dokie Gut, dann haben wir das schon mal auch gesehen. Mehr war ja auch nicht. Jetzt haben wir hier schönes. Alles am besten abholen. Oh, was legendäres. Okay, dann können wir alles löschen. Oh, da ist noch irgendwas. Nee, dann können wir auch alles löschen. So, dann können wir jetzt alles löschen. Und weg. Wir haben ja nichts. Und hier haben wir... Ja, geht's hier wirklich los? Haben wir es jetzt geschafft? Nee, das ist noch nicht geschafft. Ach, Mann, nun mit da. Ach so, wollte ich ja noch mal das letzte Mal umändern. Kann ich vergessen. Äh, wie konnte ich denn den jetzt umändern? Ja, ich bin dran. Hm. Ach ja. So, wollen wir noch weiter, was? So, habe ich jetzt endlich Glück? Oh, ich habe immer noch kein Glück. Und dann ist ja gut, weil ich keine Anfragen und Bewerbungen habe. Ach so, Download. Aber wir haben schon 90%, also wie gesagt, das kann nicht mehr lange dauern. So, dann können wir. Update ist fertig, Download ist fertig. Wir können endlich eine Aufgabe erledigen. Yay. Yay. Mhm. Rede mit der Schuhleiterin. Ja, das können wir hin. Mhm, das stimmt. Können wir jetzt trotzdem erstmal reinschreiten und mit ihr reden? Ja. So. Okay. Okay, haben wir schon mal. Na gut, das war ja schon gesorgt. So, haben wir auch schon mal. Ich habe dekoriert, ich weiß gar nicht wo. Na gut, ich habe dekoriert. Joa. So, das haben wir. So, das macht mich. Ähm. Aber der hat schon gedauert. So. Ja. So, das ist schön. So, das ist schön. das kann möglich sein der mag ja alles was ganz stimmt da ist er ja der kleine ich hätte lieber den eingefangen so hier kriegt ihr einen schmuck jetzt mit er reden ja die net na gut na denn sollen wir doch mal gucken was wir jetzt so schönes machen passiert doch schon meine güte so müssen wir erstmal rüber watschen ja gar nicht nett von der natürlich dass eine klinik tischen beschützen hier ist kein ton richtig oder aber ich bin so weit von bereit nimm dieses nimm das nimm jene keine anderen karten eigentlich tja dann legt sie doch nicht mit mir an und ne auch noch die zum zigger nicht genug im p aber wir haben so geschafft also von daher muss es ja gut geklappt haben na dann geht es sehr schön so wo sind die trop weiter oh 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 frech kommt weiter na dann einfach ins klassenzimmer ja hier nicht hier richtig ne hier genau ok am besten ich verschwinde mit dem unterricht am besten beginn war ja 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 na 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 se ich um inside this cupboard who is ready that'll be Hmm... Nun habe ich meine Sprache. Und dann muss ich nicht die Kluppwenscheinigung haben, damit es was hört. Ein Kluppwenscheinigung. Ein Kluppwenscheinigung. Perfekt sogar. Finde das Porträt. Gemeinschaftsraum. Ui, sieht aber gut aus. Oha. Oder die Aussprache ist falsch. Oha. Oder die Aussprache ist falsch. Oder die Kluppwenscheinigung. Die Kluppwenscheinigung. Oha. Oha. Oder die Kluppwenscheinigung. Wie ein Geschenk eingepackt. Mal gucken, was denn das ist. Ja. Ich stünde, dass er noch nichts sagt. Oha. Okay. Oha. Okay. Aber er redet ja gerne. Kann er doch. sonst. Scheint wohl irgendwie, ne? Oha. 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 What's that? One. Okay. Wer war das denn? Könnte ich ja gar nicht. Wer war das denn? Wer war das denn? Der war sehr hartnäckig, der Typ. Er war ingetze. Oh Gott sei Dank. Und knallig mir. Er macht ja nur einen Fug. Der war auch schon ziemlich lange eng gesperrt bestimmt. Hm, bestimmt lange. Hm. 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 Nanu. Was für eine Story. Hm. Ja. Oh. Oh. Ja. 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 Na klasse, raten. Oh, das ist ein Pferd, der ist ganz dicker geworden. Oh, das ist ein Pferd, der ist ganz dicker geworden. Oh, das ist ein Pferd, der ist ganz dicker geworden. Na, klappt es aber nicht? Fertig? Sehr schön. Oh, das ist ein Pferd, der ist ein Pferd, der ist ein Pferd. Oh, das ist ein Pferd, der ist ein Pferd. Oh, das ist ein Pferd. Wir lesen, ja... Ja, das Gläuel. Das ist ein Trauer. Oha, er war's wirklich? Was ist das? Oh, oh, hat er wirklich. Und der nächste. Und der nächste. So, jetzt musst du da aber gehen, oder? So. So, es ist eine Geschichte, es ist gleich vorbei. Okay. Okay. Okay, okay, calm down, and maybe keep this friendship thing between us, no need to have a wall-mounted wizard in the place, Mademus. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ist heute ein bisschen länger geworden und wir sehen uns beim nächsten Mal.